Es gibt neue Spiele für den Xbox Game Pass Ultimate und damit natürlich auch für das Cloud Gaming. Seit dem 15. November bereits via Cloud spielbar ist Pentiment. Und ebenfalls seit dem 15.11.2022 mit auf xCloud spielbar ist Somerville. Ab dem 17.11.2022 erscheint Lappin unter anderem auch für die Cloud und ist dann direkt im Game Pass Ultimate spielbar. Und ebenfalls am 17.11.2022 erscheint Norco unter anderem für die xCloud. In knapp einer Woche ab dem 22.11.2022 erwartet euch mit Gungravegur schon das nächste Spiel. Und am 29.11.2022 kommen noch zwei weitere Spiele in die xCloud. Nummer 1 ist Insurgency Sandstorm. Und dann kommt ebenfalls am 29.11.2022 noch Soccer Story. Da gab es übrigens auch zu Stadia mal ein Gerücht.